Zombies Ja das meine ich wenn die vor einem so aufstehen Die Lümmel Oh wir haben auch nur noch nur noch die Spinne Das heißt also wir treffen Balldorf gegen Geht's dir gut? Ja alles gut Musst du nur mal hier nachladen Nachladen ist gut Aufgedeckt Das sieht ja ganz witzig aus wenn du das bearbeitest Der macht immer mit der Hand so komische Bewegungen Okay Ich glaube mit beiden oder so Das hat er nur mit einer gemacht so ganz komisch Mit der Ornanier Zange Noch sehe ich keine Gegner Boah jetzt ist meiner aus der Puste Oh der war von dir Also egal ich habe nichts gehört von deiner Knarre Ja es ist überall Hier sind ganz viele Oh das gibt richtig Punkte Du kannst ihn durch abknallen Okay Daneben Das ist immer gute Arbeit Ja Und gleich nachladen Oh ich höre sie schon wieder ballern Da gibt es auf jeden Fall Munition Das ist ja Irgendwo oben Gucken wie wir da hinkommen Hier geht's nur runter Ich bin einfach nur hochgesprungen Das ist ja das was ich Genau Das ist ja das was ich meinte irgendwie Dass der manchmal mit den Springen so Probleme hat Ich habe das nämlich auch schon gehabt Dass ich so über den Zaun klettern wollte Und dann ging das nicht So Wo müssen wir denn lang Ich höre das eigentlich so rechts hier Also ich Die Richtung hier Ja die ist gut Da kommt am wenigsten Gebauer her Das ist gut Oh jetzt ist es von links Ja Genau da wo wir auch hin müssen Nicht nah dran jetzt So warte mal meine Meine Pistole die Ziemlich leise ist Ach die beschießen schon die Spinne glaube ich Ja Das ist unglaublich nah Ich lese mal schnell das Ding Hm So Alter wie sehr Ja genau Ich lade mal nach Zack Da kommen wir jetzt schön nachladen So die haben die Spinne aufgedeckt Oh sehr schön Wollen wir da mal hin Ja Ja Man kriegt immer mal Ja Ist ja jetzt Ist ja bei mir ja auch nicht rüber geklettert Gibt's ganz viel Oh das gut Alter das ist ja richtig Paradies hier Ja es gibt auch Heilung und alles Oh So meine Munition ist voll Hier ist noch Oh ein Verbrauchsgut Gegenstand habe ich bekommen So Hier gibt's noch Heilung Aber Gesundheit ist voll Das Munition ist auch voll Oh nein ich hab mich angezündet Und durchs Feuer gelaufen Ah Okay das geht aber auch schnell So wir müssen jetzt Ja die Richtung Ne halt Falsch Hä Meine Karte falsch hier Ich glaube da lang Hier Die Richtung genau Jetzt hab ich's Okay Oh das ist aber echt Eine ganz schöne Ecke Mhm Oh Das kam vor uns Leicht links Weil die sind wahrscheinlich schon einer Spinne Das könnte schon sein Mhm Hier haben sie schon einige erledigt Oh scheiße ich hab kein Messer Kannst du den mal erledigen Ich glaube so Oh ja Oben die Spinne hat im Brot geleuchtet Ja Oh ja So Oh Vielleicht macht's echt Sinn hier irgendwie ein bisschen zu warten oder Ja können wir machen Ich glaube ich hab von links Schüsse gehört Also jetzt quasi aus der Nahtöstlichen Richtung Ja genau da hab ich auch Schüsse gehört So Ja Jetzt ein bisschen weiter so Richtung Norden Ich geh hier mal hoch um mal zu gucken ob ich Irgendwie was sehen kann Ja Wahrscheinlich ist das wieder der Moment wo es dann wieder Peng macht und ich bin weg Siehst du da auch nicht zu? Nee Das ist ein blöder Zombie Den erledige ich noch mal Ja, der ist weg Ja, wollen wir rein zur Spinne oder? Ja, das soll es Gucken was Spiderman so drauf hat Ja, da ist vielleicht schon jemand drin Oh ja, ich wurde angeschossen Oh, ich auch Oh scheiße Ja, ich wurde auch schon erledigt Oh, das ist gut Die gute Spritze Alter, das hat mich ja fast gekillt Ja, das ist echt übel, ne? Dass sie Schießt du dann? Ne, ich bin ja tot Ach so Ach, ich guck dir zu Ach du meine Güte Ja Aber das hat er sich von links angehört Ja, der hat mich ja von da Ich bin ja hier hochgerannt Und von da hat er mich Oh ja, okay Na gut Scheiße Na ja Gut Aber es war ja auch Zeit Ja, auf jeden Fall War trotzdem schön